Und hier, hier ist the one and only Let's Play Grand Paar, Mr. Nandos. Willkommen zu einer weiteren Foundation-Folge. Und ich habe mal, wie versprochen, mir die letzte Aufnahme angeschaut hinsichtlich der Geschichte hier mit dem Regen. Es vergehen nicht nur die Tage, es vergehen die Wochen und Monate hier. Also zumindest die Wochen, aber auch im Monat ist, glaube ich, schon rum. Ohne, dass sich hier mit dem Regen irgendwas tut. Ja, also der wieder verschwindet. Es hat ja geheißen, angeblich sieben Tage. Sieben Tage Regen. Wir sind jetzt schon in der, ich weiß nicht, wie viel, eine Woche. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier noch dauern wird. Wahrscheinlich sieben Monate. So sieht es zumindest aus im Augenblick. Ja, da ist irgendwie, ist da wohl nicht so ganz alles richtig, würde ich mal so behaupten. Sehr, sehr seltsam. Okay. Lagerplatz ist voll. Das ist immer schön, wenn Lagerplatz voll ist. Besser als Lagerplatz leer. Wie sieht es denn hier aus? Das Teil ist fertig. Und ich habe niemanden, den ich raten kann. Gut. Ach so. Moment, wartet auf Arbeiter. Lust auf, nichts bei Ihnen zugewiesen. Es geht mit dem Leibeigenen los. Und ich habe hier einen Arbeitslosen angezeigt. Oh, Zufriedenheit ist irgendein Augen minus 13 mittlerweile schon. Das ist nicht so, ja, kein Brot mehr. Das sieht nicht gut aus. Äh, nur die Elfeinheiten Käse. Hm, 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 hm. Gerechte ich nicht so schön? Warum ich hier den einen Arbeiter nicht zuweisen kann, weiß ich nicht. Was ist da? Was ist da los? Wo steckt der? Polzwello, seht ihr hier irgendwelche Arbeitslosen angezeigt? Ich nicht so beim schnellen Durchgehen. Hm, hm. Das ist alles sehr seltsam. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Okay, wie sieht es hier mit unserem Problemkind-Kloster aus? Da wird eifrig an den Gärten, ne, an den Teilen rumgeschraubt. Ja. Drei Sammler, drei Kräuterkundige. Novizen und Novizen-Zinnen. Wir sind da eifrig mit, 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 mit Dingen beschäftigt. So, ähm, das heißt, ich könnte jetzt hier theoretisch weitermachen mit dem Bauen. Und das Teil mal wieder aus dem Weg, so ein bisschen. Wir brauchen ja noch ein Skriptorium, ne, hier war ja noch so einiges zu tun. Ah, das mit dem Klostergarten, zack, da an. Das Skriptorium fehlt noch. Was mit dem, äh, vor allen Dingen, wo ist damit, Domitorium für Nonnen und Domitorium für Mönche. Der zeigt nicht einmal, äh, gut, er will natürlich beides haben. Und wenn ihm jetzt eins fehlt, egal auf welcher Seite, wäre das natürlich blöd. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo ich das dran setzen sollte. Ja, wäre hier der richtige Punkt gewesen? Ist, äh, das der, ist der richtige? Können wir jetzt noch zwei weitere Gebäude bauen? Eins daran setzen, eins daran setzen. Jeweils, ne, für, also jetzt mal umgedreht. Hier habe ich ja das für die, für die, für die Nonnen. Da müsste ich jetzt hier noch einen dran setzen für die Mönche. Und hier das andere, ne, hier, um zu gucken, wo, wo, wo hakt es denn jetzt? Das ist ein bisschen sehr, sehr seltsam. Gut, wir machen erstmal, ich gucke erst mal, warum ich das Skriptorium hinkriege. Jeweils, eine neue Funktion. Das Skriptorium. Das Skriptorium, äh, was nehmen wir dafür? Rustikale Halle. Schlechte Rundzüttel. Schlichte Steinhütte. Was haben wir? Rustikaler Gang, eigentlich weniger. Ein Turm. Eine Galerie, das sind die Dinger hier, das waren die Galerien. Schlichte Quartiere würden sich da nicht so sehr anbieten. Rustikale Halle, das war ja das Teil da vorne. Ähm, eine schlichte Steinhütte. Würde ich sagen. Einfach mal so eine schlichte Steinhütte. Als Skriptorium. Weil man das eigentlich egal ist, wo die jetzt, wo das jetzt dran pappt. Ich hoffe, es pappt überhaupt irgendwo dran. Moment mal, wenn ich das, das wäre natürlich jetzt auch der Hammer. Wenn ich das jetzt hier dran pappe und der erkennt das nicht, weil es dazugehört, das wird natürlich lustig. Schon allein aus dem Grunde mache ich es, um herauszufinden, woran es jetzt liegt. Ach mal so, was sagst du jetzt Skriptorium werden? Ja, ich habe die anderen nicht angefangen. Ich lasse das mal von der Größe so. Einfach ein schönes Skriptorium. Man kann ja hier noch ein zweites dann irgendwann hinsetzen. Ähm, ist erstmal egal. Ich will behaupten. So, Skriptorium hier, zack, bumm, bauen. Da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da bei uns rumkommt. Ob der das erkennt oder nicht erkennt. Ja, alles ein bisschen seltsam hier mit dem Kloster. Das weiß ich nicht. Ein bisschen ungünstig gelöst, genau wie mit dem Dauer. So, die Zufriedenheit sinkt weiter. Nachung minus 14. Wir haben auch wieder ein bisschen Brot. Aber ich habe immer noch keine Leute, die ich hier irgendwie... unterbringen könnte. Es kommt natürlich auch jetzt nichts Neues dazu. Oder, oder, oder. Zufriedenheit, Mittel, Beschäftigung hoch, Kumpel hoch. Ja, es hängt jetzt natürlich an der Zufriedenheit. Hm. Hm, hm, hm. Ganz kurz hier auf Personen, Berufe. Ah, okay. Oh, Neuankömmlinge. Oh, sehr schön. Das Problem hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Juhu, juhu, juhu. Sofriedenheit steigt es auf 80. Hm, hm, hm. Ich beschwere mich nicht. Wundere mich nur. Okay, das hat funktioniert. Die sind ja voll besetzt. Mission erfolgreich. Ach so, die Soldaten sind zurück. Oh, sehr schön. Acht Goldmünzen. Die haben ja genau sieben Tage gebraucht. Weizen haben wir ein bisschen bekommen. Mehl, das ist sehr gut. Brot auch. Das ist cool. Käse, sehr, sehr schön. Und königliche Einfluss hat sich auch verbessert. Ja, das ist doch mal was. Das ist doch mal was. So, na, okay. Sehr schön. Wo soll ich zwei Leute, die nichts zu tun haben, was erstmal in Ordnung ist? Ja, ja, gut. Die brauchen natürlich jetzt ein bisschen, bis sie sich eingedeckt haben mit der Milch. Weil ich mal ganz kurz gucken wollte. Wie viel haben wir denn noch? 80 Liter? Jo. Jo, jo, jo. Okay. Wir haben das im Blick. Cool. Hier könnte gewohnt werden, wird aber nicht. Weil, oh Moment, nee, das wollte ich gar nicht. Weil die Notwendigkeit nicht gegeben ist oder so. Oh, gut, dass ich das gerade sehe. Es kann jetzt weg. So. Sehr gut. Da wird noch abgeholzt. Da habe ich irgendwo noch. Oh ja. Hier habe ich ein Waldgebiet. Das muss aber teilweise noch beackert werden. Aber wirklich nur teilweise. Ich meine, das ist mal hier ein bisschen größer. Und dann können hier Sachen erstmal weg. Okay. Das ist auch so eine Sache, die man halt immer mal wieder gerne aus den Augen verliert. Wo halt, wo man halt nicht immer so sofort dran denkt. Moment, da davor steht aber noch im Augenblick. Ich glaube, der müsste noch mit erfasst werden können. Aber das ist ja trotzdem erstmal alles weg. So weit wie erforderlich. Und sinnvoll und so. Das müsste gehen. Das sieht ganz gut aus. Aber hier, da an der Grenze, da müsste er doch eigentlich, da müsste er doch eigentlich noch abholzen können. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich hier weiter in Richtung Weizen? Oder gehe ich hier weiter in Richtung Käse und so? Wo mache ich beides? Ich warte mal so noch, ab bis ich das Ding hier los bin. Vielleicht mache ich beides. Kriege hier wenigstens eine Weizenfarm hin. Könnte ich hier so hinsetzen, dann hier so fällt. Damit sich die sich hier nicht glücklich kloppen. Vielleicht noch eine weitere Weizenfarm. Und könnte hier Kühe und so ansiedeln. Das wäre eine machbare Sache. Platzmäßig könnte ich mir natürlich noch ein bisschen weiter nach oben ausweiten. Auch das ist gegeben. Als Möglichkeit. Ja, immerhin, immerhin, immerhin. So, okay. Na gut, kein Weizen. Ach so, ich habe jetzt Kräuter, ne? Kräuter ist doch ein Luxusgut. Oder vertue ich mich da? Kräuter nicht, Kräuter nicht, Kräuter nicht zu den Luxusgütern. Und das ist doch viel, dass jetzt ja sich verbessert. Nahrung ist noch, jetzt nur noch minus 3. Ja klar, wir haben hier durch die Lieferung unserer Soldatinnen und Soldaten. Und sich die Nahrungssituation etwas entspannt. Wäre schön, wenn ich da mit dem Regen jetzt auch noch entspannen würde. Neuern Kümmling gekommen an. Ähm, ähm, ähm. Was wollte ich? Ähm, ich habe den Faden verloren. Achso, von wegen Luxusgüter. Ja, Moment, Augenblick mal. Ganz kurz hier auf Pause. Und dann gehe ich hier mal in diese Übersicht. Allgemeiner Fahrt. Da müsst ihr auch bestimmte Sachen erstmal freischalten. Könnte ich mir vorstellen. Bierproduktion, was haben wir hier? Luxusgütermarkt. Äh, Luxusgüterstand. Verkauft Ressourcen vom Typ Luxusgut und luxuriöser Nahrung an die Dorfbewohner. Wobei es nicht angezeigt wird, was alles da drunter fällt. Ich schalte das trotzdem mal frei. Was wir haben, haben wir. Was Binderei. Haushaltsgüter, Jagdhütte, Zierelemente. Äh, da kommen wir später zu. Okay, das war der allgemeine Fahrt. Gehen wir hier auf die Arbeiterschaft. Taverne. Privileg, Guterleumund, Tavernenküche, Steuern. Das ist mal nicht. Was? Gemauert hat die Ferne Baustil. Okay, okay, okay. Besteuerung von Schmieden. Sonst geht es geldmäßig im Augenblick ganz gut. Also jetzt noch weitere Steuern. Zumindest im Moment bräuchte ich die nicht, vielleicht später mal. Pflichtgetreuer Zahler. Familienangelegenheiten, bla bla bla. Okay, da ist weiter nichts, was ich jetzt auf dem ersten Blick, was ich jetzt freischalten müsste oder wollte. Königreich, da geht noch gar nichts. Wieso schön? Glitärfrohr, Steinpulver, ja gut. Waffenschmiede, das wäre natürlich mal ein Punkt. Da müsste ich hinkommen. Klerus. Da geht auch noch nichts. Okay, ich mache das einfach mal. Wir haben, wir haben hier irgendwo das Militär. Da ist das Militär und die stehen, soweit ich weiß, auf Luxusgüterisch. Meister, spüren wir wieder an. So, ich weiß, das ist hier ein ziemliches Gefrickel. Aber das ist erstmal egal. Hier diesen großen Platz. Ich mache das Ding hier mal so ein bisschen aus dem Weg. So, wenn ich jetzt hingehen würde, die wieder eine Funktion. Marktplatz. Dann habe ich jetzt hier diesen Luxusgüterstand. Den würde ich hier hinkriegen, wenn es sein muss. Den sehen wir auch hier hinsetzen. Warte mal, ich komme ein bisschen näher ran ans Geschehen. So. Okay, okay. Ich sehe das Problem. Da sind die Fahnen, da sind die Fahnen. Ja. Dann würde ich den hier hinsetzen. Das ist mit Abstand, das geht glaube ich noch. So. Schild. Soll er natürlich auch kriegen. Hier geschild. Und dann brauchen wir natürlich noch ein passendes Zelt. Und das Zelt. Okay, kriege ich hier noch was anderes hin. Eine Bank. Aber die könnte man hier hinstellen. Neuer am Kümmling. Mach ich hier so ein Teil. So. Hier war deswegen noch so ein Zweifässer. Okay. Und bauen. Fertig ab. Das ist der kurioseste Markt, den ich hier gebaut habe. Da sind Neuankömmlinge. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wenn ich jetzt noch Kräuter verkaufen kann. Das wäre natürlich super. Das wäre super. So. Es werden also jetzt Bären produziert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier von Wegen im Kloster. Der hat ja hier sein. Das waren ja einmal Bären, glaube ich. Und einmal Räuterkundige. Kriege ich hier noch jemanden eingestellt. Achso. Okay. Aha. Moment. Wie viele Leute habe ich denn jetzt hier aktuell? Hier Mönche drei Nonnen. Dann würde ich noch eine weitere Nonne ganz gerne dabei haben. Jetzt haben wir jeweils vier. Acht Bewohner. Von 16, die wir maximal haben können. So. So zieht doch ganz gut aus, glaube ich. Ich will es nicht übertreiben hier. Ich weiß, ich habe da noch Arbeitslose. Aber wir brauchen die Leute noch. Noch für anderes. Von daher. Erreicht eine Bevölkerungszahl von vier. Skriptorium haben wir. Wir haben ja immer noch eine Grabe. Hier das mit dem Dormitorium. Das ist immer noch nicht gegeben. Das Skriptorium ist fertig. Das hat er auch als solches erkannt. Ich verstehe nicht, warum er das nicht als Dormitorium für die Mönche anerkennt. Vielleicht war das nicht komplett besetzt. Ist das der Punkt? Gut. Das müssen wir abwarten. Das müssen wir abwarten. Soweit sagt die Zeit. Du hast es schon wieder rum. Ja, dann gucken wir mal eben. Wie geht es denn hier unseren Soldatinnen und Soldaten? Das muss ja auch mal gemacht werden. Soldaten sind die noch komplett. Oh, wir haben einen verloren. Das ist nicht gut. Drei verwundete, zwei voll ausgebildete. Wir haben hier Soldaten verloren. Das ist nicht schön. Äh, jei. Dann. Einen weiteren Soldaten. Wie sieht es aus? Dann habe ich noch zwei Leute, die nichts zu tun haben. Ich brauche zumindest... Oh, der Markt ist fertig. Ich brauche das immer fix. Nee, der ist noch nicht fertig. Die sind noch dabei. Aber so gut wie. Die Bank wird schon benutzt. Die sind, glaube ich, gerade hier mit den Zierelementen beschäftigt. Das sollte jetzt in dem Moment auch gleich fertiggestellt sein, wie das aussieht. Jawohl, jawohl. Boni, hier wird auch noch gehämmert. Jetzt ist er fertig. Das sieht ja cool aus. Das sieht ja mal richtig cool aus. So. Ich könnte... Tatsächlich, ich kann jetzt Kräuter anbieten. Cool. So, weitere Markthändler. Oh, arbeitslosige sind jetzt null. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, etwas, wie gesagt, etwas gewöhnungsbedürftigter Markth, gebe ich dazu. Aber wir haben jetzt hier alles abgedeckt und wir können tatsächlich jetzt auch eine Luxusgüter anbieten in Form von Kräutern. Das ist auch sehr schön. Eine weitere Einnahmesquelle. Ja, cool. Neuankömmlinge kommen. Und ich würde sagen, das war es dann für diese Runde. Ja, schauen wir mal, wie es denn jetzt weitergehen wird hier mit unserem netten kleinen Ort Flusshausen, der sich nach wie vor ganz gut macht. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit. Bis dahin wünsche ich euch, bis dahin wünsche ich euch, bis dahin wünsche ich euch.